Der hat mich dann halt angerufen, der meinte zu mir, ey, wie teuer war dieses Kostüm, was du da hast? Ich so, hab ich bei Amazon gekauft, Onkel, das hat insgesamt 25 Euro gekostet und der so, krass, Christen werden lohnt sich mal, ist gar nicht so teuer. 25 Euro, du bist guter Christ mit Kreuz, mit alles. Meint der, wenn du Moslem bist oder Moslem werden willst, musst du Beschneidung bezahlen, 4000 Euro, damit du nach Mecca pülgern kannst. Wenn du Christen werden, geht viel schneller, viel chilliger und billiger. Ich mach da auch ein Video bei mir und sag, ja, der ABK, der hat mir gestern noch auf WhatsApp geschrieben, der ist grad in der Hölle und meinte, ey, Ex-Moslem, Bruder, du hast Dresch, kannst du hier so schreiben, dass ich auch ins Paradies will? Islam hat mich geprankt, Bruder, was soll ich machen? Die Prank-Brows sind schuld. Ich mach geil an, Bruder, so volles krasse Angebot. Immer so ein Süpp, 20 Jungfrauen. Zieht durch mit Islam, dann kriegt du das. Meint der, in der Kölner Silvesternacht gab es auch 72 Jungfrauen auf der Kölner Domplatte? So wie er umgeht. Nein, nein, ich hoffe nicht. Wisst ihr warum? Weil ich vor ihm schon Jesus getroffen habe. Mein Bruder, meine Schwester, weißt du denn nicht, dass ein Muslim zum Käfer werden kann, weil er falsche Scherze und Witze macht? Sayyid ibn Salim berichtet, dass ein Mann während der Schlacht von Tabuk zu Auf ibn Malik folgendes sagte. Ich habe noch nie solche merkwürdigen Menschen wie die Menschen des Koran gesehen. Sie haben große Bäuche, lügnerische Zungen und sind feige, wenn sie auf ihre Feinde treffen. Auf eine abwertende Art und Weise hat er sich über die Muslime lustig gemacht. Auf ibn Malik antwortete ihm. Du lügst und du bist ein Heuchler. Ich werde dem Gesandten Allahs davon berichten, was du gesagt hast. Sofort sagte der Mann, es war nur Spaß, ich meine es nicht so. Auf ibn Malik machte sich sofort auf den Weg zum Gesandten Allahs, um ihm davon zu berichten. Als er beim Propheten s.a.w. ankam, fand er heraus, dass Allah s.a.w. zeitgleich einen Vers offenbart hat. Und wenn du sie fragst, so werden sie gewiss sagen, wir plauderten nur und scherzten. Sprich, galt euer Spott etwa Allah und seinen Zeichen und seinem Gesandten? Versucht euch nicht zu entschuldigen, ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr geglaubt habt. Als der Mann diese Verse hörte, versteckte er sich hinter dem Kamel des Gesandten Allahs, s.a.w. Und der Gesandte Allahs hat ihn nicht einmal angeschaut. Liebe Geschwister, es gehört zur Natur der Sache, dass man sich über bestimmte Dinge nicht lustig machen darf. Dazu gehört die Religion Allahs. Allah s.a.w. hat uns sogar verboten, uns über falsche Götter lustig zu machen. Wenn dieses Verbot für falsche Götter gilt, dann gilt es doch erst recht für Allah und seinen Diener. Der Islam ist keine Plattform, die man für seine persönlichen Zwecke missbrauchen darf. Nur um andere zum Lachen zu bringen, um andere zu unterhalten oder um sich selbst zu profilieren.